Das hier geschah, als ich noch ein kleines Mädchen war, aber 20 Jahre später verfolgt mich das Geschehen immer noch. Damals war ich 8 Jahre alt und eine meiner Lieblingsbeschäftigungen war es, mit meinem Vater einkaufen zu gehen. Mein Vater und meine Mutter hatten vereinbart, dass er alle Einkäufe erledigen würde, während sie sich um die Hausarbeit kümmerte. Mein Vater hasst Hausarbeit, meine Mutter hasste das Einkaufen und so klappte das sehr gut für sie. Samstags konnte ich also entweder den Tag mit meiner Mutter verbringen und Geschirr spülen und Wäsche waschen, oder ich konnte rausgehen und die Geschäfte erledigen. Für mich war das eine klare Entscheidung. An diesem Tag mussten mein Vater und ich bei drei verschiedenen Läden vorbeischauen. Er wollte unbedingt, dass ich mitkomme. Ich war schon in zwei verschiedenen Läden mit ihm gewesen und war danach ziemlich erschöpft. Aber ein Blick auf den Stapel schmutziger Teller reichte aus, um mich zu entscheiden. Außerdem dachte ich, so könnte ich meinem Vater zeigen, wie sehr ich gewachsen bin, dass ich ein großes Mädchen bin, das in ganze drei Geschäfte mitkommt. Zuerst hielten wir bei einem Walmart und dann bei einem anderen Lebensmittelladen. Ich will ehrlich sein, die Gänge mit meinen kurzen Beinen rauf und runter zu laufen, hat mich ganz schön mitgenommen. Papa hat mir nicht mehr erlaubt, in dem Einkaufswagen mitzufahren und so war ich vom Laufen ganz schön erschöpft. Dann gingen wir zu Laden Nummer 3. Ein Möbelgeschäft. Wahrscheinlich einer der schlechtesten Orte zum Einkaufen, wenn man bereits müde ist. Ich weiß, dass mein Vater sich Sorgen um mich gemacht hat. Bevor wir aus dem Auto stiegen, sagte er zu mir, Mach dir keine Sorgen, Schatz. Wir brauchen nur ein paar Dinge zu besorgen und dann gehen wir gleich los. Wie wäre es, wenn wir danach dir einen Happy Meal besorgen, weil du dich so gut benommen hast? Das heiterte mich auf und ich fand die Idee toll, etwas für all das hier zu bekommen. Wir betraten also den Laden und gingen nach oben, um mit dem Einkaufen zu beginnen. Mein Vater holte ein paar Weingläser, ein paar Decken und den kleinen Tisch, der immer noch neben der Couch meiner Eltern steht. Obwohl ich müde war, blieb ich dicht hinter meinem Vater und stapfte einfach weiter. Als mein Vater anhielt, um sich etwas anzuschauen, konnte ich in der Ferne ein paar ausgestellte Betten sehen. Ich wollte sehen, wie es sich anfühlt, sich in eines davon zu legen, also ging ich los und sprang in eines der großen Betten und ließ mich leicht in das weiche Material sinken. Ich muss müder gewesen sein, als ich dachte, denn ich schlief fast sofort ein. Das nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich eine Männerstimme hörte, die in einem fast gedämpften Ton sagte, Hey, bist du wach? Meine Augen schossen auf. Ein Mann mit glattrasiertem Bart und grünem Flanellhemd stupste mich an der Schulter an. Er sah schockiert aus, als er sah, dass ich so plötzlich aufwachte, denn er zog seine Hand schnell von mir weg. Ich stieg aus dem Bett und rannte dorthin, wo ich meinen Vater vermutete, aber dieser war nicht da. Niemand war in diesem Moment da. Langsam dämmerte es mir, dass ich mich verlaufen hatte. Ich rief, Papa, während mir die Tränen in die Augen stiegen. In diesem Moment stürzte der Mann auf mich zu, rief mir zu, ich solle ruhig sein. Hey, schon gut, du musst nur leise sein, okay? Die Leute, die hier arbeiten, mögen es wirklich nicht, wenn Kinder verloren gehen. Ich will nicht, dass du Ärger bekommst, also musst du dafür sorgen, dass niemand erfährt, dass du deinen Papa verloren hast. Hast du das verstanden? Schon mit acht Jahren war ich skeptisch. Meine Eltern sagten mir, dass ich, wenn ich mich verlaufen würde, jemanden anrufen und Bescheid sagen sollte. Sie sagten mir auch, ich solle nie mit Fremden sprechen. Also hatte ich direkt Alarmsignale in meinem Kopf, die losging. Andererseits hatte ich aber auch Angst, in Schwierigkeiten zu geraten. Was, wenn ich einem Angestellten nicht sagen sollte, dass ich mich verlaufen hatte? Dieser Erwachsene sagte mir, dass er mir helfen wollte und, soweit ich das beurteilen konnte, sah er nicht wie ein schlechter Mensch aus. Also entschied ich mich, ihm zuzuhören und nickte mit dem Kopf, um Okay zu sagen. Der Mann schenkte mir ein breites, schämisches Lächeln. Großartig. Jetzt lass uns deinen Vater finden, bevor es jemand herausfindet. Bis dahin, wenn dich jemand fragt, sag einfach, dass ich, äh, dass ich dein Vater bin. Erneut nickte ich. Also, kannst du mir sagen, wie dein Vater aussah und was er anhatte? Ich wusste nicht mehr, welches Hemd mein Vater trug, aber ich sagte, dass er kurze schwarze Haare und einen Bart hatte. Schon damals wusste ich, dass dies eine äußerst vage Beschreibung war. Aber die Augen des Mannes weiteten sich, als hätte ich ihm gerade alles gesagt, was er brauchte. Weißt du, ich weiß genau, von wem du sprichst. Ich hab deinen Vater vorhin gesehen. Er schien ein wirklich netter Kerl zu sein. Wir fingen an, miteinander zu reden. Kannst du das glauben? Ich hab gesehen, wie dein Vater vor kurzem den Laden verlassen hat. Er wollte zu eurem Auto gehen. Ich bin mir sicher, wenn wir uns beeilen, dann können wir ihn noch einholen. Dann streckte der Mann seine Hand aus und wollte offensichtlich, dass ich sie halte. Ich war mir bei ihm wirklich unsicher. Wenn mein Vater gewusst hätte, dass ich mich verlaufen hatte, hätte er sicher nach mir gesucht und nicht mit irgendeinem Fremden gesprochen. Aber vielleicht hab ich mich auch getäuscht. Ich war das Kind und das war der Erwachsene, der sagte, er würde mir helfen. Also hatte ich das Gefühl, dass ich ihm glauben musste. Ich legte unbeholfen meine Hand in seine und wieder schenkte er mir dieses seltsame Lächeln. Der Mann führte mich durch den Laden, aber er nahm einen seltsamen Weg zum Ausgang. Wir sind nicht auf dem Hauptweg geblieben, den mein Vater und ich genommen haben, sondern wir sind durch Auslagen und Gänge gegangen, die an den Wänden lagen. Ich hatte das seltsame Gefühl, dass dieser Mann versuchte, außer Sichtweite zu bleiben. Die Ausgangstüren lagen direkt vor uns. Irgendetwas stimmte nicht und ich hatte das Gefühl, dass etwas Schlimmes passieren würde, wenn ich mit diesem Mann mitging. Ich versuche, meine Hand wegzuziehen, aber der Mann hatte sie fest im Griff. Hey Kleiner, was machst du da? Dein Vater ist draußen. Willst du nicht zu ihm gehen? Zitternd antwortete ich, ich will nicht mit dir nach draußen gehen. Das Gesicht des Mannes wurde ernst. Du wirst eine Menge Ärger bekommen, wenn du hier bleibst. Niemand darf verfahren, dass du dich verlaufen hast, verstanden? Lass uns einfach zu deinem Vater gehen und alles wird gut. Ich will aber nicht. Sprich leiser. Nein, lassen Sie mich los! Ich hatte so laut geschrien, dass die Kassiererinnen in der Ferne mit entsetzten Gesichtern zu uns herüberschauten. Der Mann, der mich am Handgelenk festhielt, machte ebenfalls ein entsetztes Gesicht, als wusste er, dass er ertappt worden war. Dann rannte der Mann los und zerrte mich praktisch hinter sich her. Er eilte in Richtung Ausgang. Er tat mir am Arm weh und ich schrie immer wieder, Stopp, stopp! Ich rutschte auf den Boden und tat mir weh. Als ich aufblickte, wurde der Mann von zwei Sicherheitsleuten festgehalten. Der Mann schlug wild um sich und erzählte den Männern, dass er mein Vater sei und dass dies alles ein lustiges Spiel sei, das wir gerne zusammen spielten. Er drehte seinen Kopf zu mir um. Sag es ihnen! Ich habe aber nicht geantwortet. Verdammt, sag es ihnen, dass wir gespielt haben! Ich bin dein Vater, sag es ihnen! Auch hier sagte ich nichts, sondern sah nur zu, wie sie den Mann schreiend und tretend wegbrachten. Er war so gewalttätig und aggressiv und ich konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken, wie diese Person mich hätte verletzen können, wenn niemand anderes in der Nähe gewesen wäre. Wie nah war ich daran, dass mir etwas wirklich Schlimmes zugestoßen wäre. Eine Mitarbeiterin kam auf mich zu und bat mich, ihr zu folgen. Sie führte mich in einen Raum, von dem ich annehme, dass es der Pausenraum war. Die nette Mitarbeiterin gab mir einen Platz zum Sitzen und machte mir eine Tasse heiße Schokolade. Dann holte sie ein Erste-Hilfe-Kasten und behandelte die Wunden an meinem Ellbogen, die ich mir eben beim auf den Boden fliegen zugezogen hatte. Ich fühlte mich sicher, aber ich war immer noch erschüttert von dem, was da gerade passiert war. Ich dachte daran, wie ich einem Fremden vertraut hatte, wie ich alles getan hatte, was meine Eltern mir verboten hatten. Als ein Mitarbeiter dann meinen Vater in den Pausenraum brachte, dachte ich, er würde wütend auf mich sein. Stattdessen rannte er auf mich zu und schloss mich fest in seine Arme. Ich konnte hören, wie er weinte und mir sagte, dass es ihm leid tat. Bevor ihr jetzt vorzeitige Schlüsse zieht, lasst mich noch ein paar Dinge klarstellen. Mein Vater ist ein toller Vater. Beim Einkaufen bin ich immer leise und bleibe dicht hinter ihm, ohne dass mein Vater nach mir sehen muss. Dies war das erste Mal, dass ich einfach weggelaufen bin und mein Vater dachte, ich sei immer noch hinter ihm ganz still. Er fand heraus, dass ich weg war und er hatte den Angestellten gesagt, dass ich fehlte. Die Angestellten sagten sogar, so etwas passiere ständig, also sei nachsichtig mit deinem Vater. Aber was nicht normal war, war dieser creepy Typ. Aber Gott sei Dank ist diese ganze Geschichte ja nochmal gut ausgegangen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Geschichte Nummer 2 Ich hab mir das einfach eingeredet. Okay, ich wusste einfach nicht, an wen ich mich sonst wenden sollte. Ich hab es der Familie, Freunden und allen, die mich unterstützen könnten, erzählt, aber... Es hat nichts gebracht. Sie halten mich alle für verrückt und die, die mich nicht für verrückt halten, sind sich sicher, dass das alles ein ausgeklügelter Streich ist. Ich schwöre aber, das ist es nicht. Das ist mir wirklich passiert. Ich hab mir das nicht eingeredet. Ja, also, von vorne. Ich fang besser von vorne an. Der Geburtstag meiner Nichte Michelle stand bevor. Nun, ich bin stolz darauf, ein cooler Onkel zu sein. Ich bin nie sesshaft geworden, also beschloss ich, dass ich an ihrem Leben teilhaben wollte. Michelle ist wie eine Tochter, die ich nie hatte. Sie hat mir schon oft gesagt, dass sie mit mir sehr gerne über alle Dinge redet, über die sie mit ihren Eltern nicht so sprechen kann. Und das gibt mir das Gefühl, dass ich als ihr Onkel einen wichtigen Platz in ihrem Leben habe. Als sie dann ins Teenager-Alter kam, war das eine große Sache. Ich wollte ihren Geburtstag zu etwas ganz Besonderem für sie machen. Ich hatte eine Menge Ideen für Partyaktivitäten. Ich besprach sie mit Michelle, um sicherzugehen, dass sie ihr auch wirklich Spaß machen würden. Und wir hatten einen Plan für ihren Geburtstag. Ihr cooler Onkel musste sich jetzt nur noch darum kümmern, alles zusammenzustellen. Eine der Partyaktivitäten war ein Spiel mit musikalischen Stühlen. Aber mit der Besonderheit, dass unter jedem Stuhl ein Preis lag. Ich hatte nicht so viele Stühle, wie Michelle Freunde hatte, also musste ich welche kaufen gehen. Ich bin also zum örtlichen Möbelladen gefahren, um welche zu besorgen, sowie Farben und eine große Rolle Papier für eine andere Aktivität, die wir geplant hatten. Es waren nur diese wenigen Dinge, die ich brauchte, also machte ich mich auf den Weg. Und dann sah ich sie im Möbelhaus. Die Puppe. Diese Puppe war, nun ja, sie sah aus wie ein Mensch, aber sie hatte ein Vogelschnabel auf ihr Gesicht genäht und ihr Körper war mit Flecken aus allen möglichen widersprüchlichen Materialien bedeckt. Da waren komische Haare auf ihrem fast kahlen Kopf. Um ehrlich zu sein, war die Puppe super gruselig und ihr Aussehen schrie förmlich danach, dass es in ihr spukte. Aber das war der Grund, warum ich mich zu ihr hingezogen fühlte. Michelle war zu alt für Puppen, aber sie liebte gruselige Sachen. Und ich wusste, dass es Spaß machen würde, ihr dieses Ding zu schenken, vielleicht als Geschenk von einem anonymen Freund. Die Puppe saß hoch oben auf einem Regal in einer Schlafzimmervitrine. Sie hatte Augen, die sich nach innen wölbten, sodass es aussah, als ob das Ding einen ständig beobachtete. Ohne zu zögern griff ich nach ihr und riss sie von ihrem Platz. Ich war mir ziemlich sicher, dass es sich nicht um ein reguläres Produkt handelte und dass jemand sie dort absichtlich abgestellt hatte. Aber wisst ihr, was für den einen Müll ist, ist für den anderen ein Schatz und ich hatte das Gefühl, auf Gold gestoßen zu sein. Ich legte die Puppe in meinen Einkaufswagen und machte mich auf den Weg zum Eingang des Ladens. Dann passierten die merkwürdigen Dinge. Ich bog um eine Ecke und befand mich wieder in einem der früheren Teile des Ladens. Ich war mir sicher, dass es dort eine Rolltreppe nach unten geben sollte, aber sie war nicht da. Ich ging also durch denselben Abschnitt, durch den ich eben zuvor gegangen war und landete wieder am Anfang. Ich lief immer wieder durch die gleichen Gänge. Das war auch der Moment, in dem ich bemerkte, dass niemand um mich herum war. Vorher waren noch ständig Leute da gewesen, aber jetzt, jetzt waren sie weg. Ich weiß, es ist verrückt, aber ich hatte die Idee, die Puppe wieder dort hinzulegen, dort, wo ich sie gefunden hatte. Ich stellte sie auf das Regal, ging weiter und die Rolltreppen waren da, da, wo sie auch sein sollten. Ich bin nicht verrückt und ich weiß ganz genau, dass ich mich auch nicht verlaufen habe. Sobald ich die Puppe in die Hand genommen hatte, war ich in einer Endlosschleife im oberen Stockwerk des Möbelhauses gefangen, in der es keinen Ausweg mehr gab. Und ja, jeder vernünftige Mensch wäre einfach gegangen, aber ich war viel zu neugierig, um nicht zu versuchen, wieder in diese Schleife zu gelangen. Ich legte die Puppe also in meinen Einkaufswagen und ging vorwärts. Keine Rolltreppen wieder. Ich legte sie zurück und alles war wieder normal. Ich fing an, einige Tests damit zu machen. Zum einen musste ich die Puppe in das Regal zurücklegen, um zurückzukehren. Ich konnte sie nicht auf dem Boden oder einem anderen Regal liegen lassen. Mir fiel auch auf, dass alles, was ich in der Endlosschleife tat, keine Auswirkung auf den Laden hatte. Wenn ich in der Endlosschleife etwas kaputt machte, war es in der echten Welt nicht kaputt. Ich dachte mir, dass dieses Möbelgeschäft in der Endlosschleife eine ganz eigene Dimension war. Warum es dort war und warum eine gruselige Puppe der Schlüssel dazu war, das ergab für mich keinen Sinn. Aber andererseits verstand ich auch nichts von Quantenphysik. Wer bin ich also, um die Mechanik verfluchter Puppen zu beurteilen? Ich habe den ganzen Tag damit verbracht, diese Puppe zu testen. So sehr, dass der Laden für die Nacht schließen wollte. Ich war in der anderen Dimension, also beschloss ich, die Puppe zurückzustellen und sie zu verlassen. Ich beschloss sofort, nach dem Verlassen des Ladens jemandem davon zu erzählen und in den Nachrichten über meine Entdeckung zu berichten. Aber als ich zum Regal kam, um die Puppe zurückzustellen, war sie nicht in meinem Einkaufswagen. Ich dachte, dass ich die Puppe irgendwo fallen gelassen haben musste, also ging ich zurück, um zu sehen, wo sie war. Und als ich zurückkam, waren da drei rote Ringe auf dem Boden. Ich würde gern glauben, dass es nur Farbe war, aber es lag ein Eisengeruch in der Luft, der deutlich machte, dass es etwas anderes sein musste. In der Mitte der Ringe stand die Puppe. Sie hatte Nägeln an den Händen und Füßen, die sie auf den Boden drückten. Und dann, ich schwöre bei Gott, drehte sie ihren Kopf zu mir. Das war keine Illusion, oder mein Verstand spielte mir auch keinen Streich. Sie drehte ihren Kopf und sah mich an. In diesem Moment lief mir ein Schauer über den Rücken. Und mir wurde klar, dass ich mit etwas herumgespielt hatte, was ich wahrscheinlich nicht hätte tun sollen. Ich trat vorsichtig über jeden roten Ring, um in die Mitte zu gelangen, dort, wo die Puppe war. Und ein nach dem anderen zog ich die Nägel heraus, die sie festhielten. Für jeden Nagel brauchte ich ziemlich viel Kraft, um ihn zu entfernen. Und als ich es tat, sah es so aus, als ob die Puppe zusammenzuckte, als ob es der Puppe wehtat oder so. Ich befreite die Puppe so schnell ich konnte und stellte sie zurück in das Regal. Ich ging zu den Rolltreppen, was mehr war, als ich wollte. Während ich mir die Waren ansah, musste ich meine Hände verstecken, als ich bemerkte, dass sie auf einmal rote Flecken aufwiesen. Das Einzige, was ich angefasst haben könnte, war die Puppe, die das verursacht hatte. Als ich nach Hause kam, sagte ich eine Zeit lang gar nichts. Ich wollte nur, dass Michelle einen möglichst schönen Geburtstag hatte. Aber ich hatte mit dem, was passiert war, zu kämpfen. Also nahm ich meinen Bruder zur Seite und versuchte mit ihm darüber zu reden, was mir passiert war. Natürlich glaubte er mir nicht, also sagte ich ihm, er soll am nächsten Tag mit mir zum Möbelladen kommen, um es selbst zu sehen. Als wir dort ankamen, war die Puppe natürlich weg. Und ich stand da, wie der größte Dummkopf. Aber ich schätze, ich kann es niemandem verübeln. Ich meine, ich erzähle da diese haarsträubende Geschichte über eine mehrdimensionale, verfluchte Puppe und ich will, dass die Leute mir glauben. Das hört sich so verrückt an, dass es nicht wahr sein kann. Und ja, genau das ist passiert. Und mir wird wahrscheinlich immer noch niemand glauben. Geschichte Nummer 3 Hörst du mir zu? Ich will es nicht öfter sagen, als ich muss. Okay? Wenn ich sagen müsste, wann es angefangen hat, würde ich sagen, es war, als ich zu diesem Möbelladen ging, um Kunstzubehör zu kaufen. Nein, warte, jetzt muss ich noch weiter zurückgehen. Ich war gerade meiner örtlichen Kunsthochschule angenommen worden. Meine Hoffnung war, Animationszeichner zu werden. Vielleicht nach Hollywood zu gehen und in einem der großen Studios zu arbeiten. Aber bis dahin war es noch ein weiter Weg und es gab viel, worauf ich mich vor Beginn des Semesters vorbereiten musste. Ich hieb bei einigen Kunstgeschäften an, um alles zu besorgen, was ich brauchte und beendete den Tag mit einem Besuch bei einer großen Möbelkette. Ich war nicht dort, um Kunstzubehör zu kaufen, sondern um einen neuen Schreibtisch für meine Wohnung zu besorgen. Ich fand, was ich brauchte und wollte gerade gehen. Doch dann sah ich ein Regal mit diesen Holzfiguren, die man aufstellen kann, um das Zeichnen zu üben. Und mir wurde klar, dass ich vergessen hatte, eine für den Unterricht zu kaufen. Ich lief ihn über, um eine zu holen und gleich um die Ecke war ein weiteres Regal mit Modellhänden aus Holz. Ich bin eine Niete im Zeichnen von Händen, also muss ich unbedingt auch eine davon mitnehmen. Das Lustige ist, dass der Möbelladen die Mittelfinger der Modellhände mit Kabelbindern zusammenbindet. Ich vermute, sie wollen keine obszönen Gesten in einem familienfreundlichen Geschäft riskieren. Aber wenn man darüber nachdenkt, warum die Mittelfinger festgebunden sind, dann kommt man nicht umhin, über diese Geste nachzudenken. Es ist, als würde man so etwas verhindern, damit es einem eher auffällt. Ich glaube, ich war abgelenkt, weil ich eine Hand aufheben wollte, die mir dann herunterfiel. Sie traf meinen Fuß und rutschte dann durch die Lücke unter dem Regal. Ich hatte Flipflops an und das tat furchtbar weh. Nachdem der Schmerz abgeklungen war, stellte ich mich auf den Boden, um nach der heruntergefallenen Hand zu suchen. Und ich war äußerst überrascht, als ich zwei Hände unter dem Regal fand. Ich dachte darüber nach, dass jemand anderes genauso ungeschickt gewesen sein könnte wie ich und das tröstete mich ein wenig über den Vorfall hinweg. Ich zog beide Hände heraus, bemerkte aber etwas Seltsames an der zweiten Hand. Alle Finger waren gefesselt, nicht nur der mittlere. Ich habe es mir genau angesehen. Ich liebe Dinge, die seltsam oder schrullig sind. Sie regen meine Fantasie an und ich frage mich immer, welche Geschichte dahinter steckt. Ich beschloss, diese seltsame Hand zu kaufen, die, die komplett festgebunden war. Ich nahm sie mit an die Kasse und die Kassiererin konnte aber keinen Strichcode darauf finden. Sie musste das Produkt nachschlagen, um es mir in Rechnung zu stellen. Es war wieder einmal seltsam und ich, ich fand das toll. Ich fuhr zurück in meine Wohnung, sehr zufrieden mit meinem Einkauf an diesem Tag. Ich räumte ein wenig Platz in meinem Zimmer frei, um mit dem Aufbau meines neuen Arbeitstisches zu beginnen. Nach nur 15 Minuten Arbeit wurde mir schon langweilig. Ich hasse Anleitungen. Ich konnte mich schon allein deshalb nie für Dinge wie Klemmbausteine oder Backen begeistern. Und dieser Schreibtisch war perfekt, um mich mit meiner kurzen Aufmerksamkeitsspanne zu vertreiben. Ich warf einen Blick auf mein Kunstzubehör und sah die Hand, die ich gekauft hatte. Dann hatte ich eine Idee. Ich schnitt alle Plastikbänder von der Hand ab und holte meine gelben und blauen Farben heraus. Ich wollte, dass die Hand mehr Persönlichkeit hat. Ich gab ihr gelbe Fingerspitzen und ließ sie aussehen, als würden sie einen blauen, fingerlosen Handschuh tragen. Um das gelbe und blaue Farbschema beizubehalten, machte ich ein paar gelbe Ranken, die sich um die Hand wickelten, mit ein paar Strängen, die sich auch um die Finger schlängelten. Ich gab den Ranken sorgfältig detaillierte Blätter und ließ es so aussehen, als kämen die Ranken aus einem Auge auf dem Handrücken. Das Auge war halb geöffnet, was es ungewollt schläfrig aussehen ließ. Aber für solche Probleme war ich auf die Kunstschule gegangen. Als ich fertig war, gab es keine kahle Stelle mehr an der Hand, sondern nur noch gelbe und blaue Muster. Ein Ausdruck der Ideen und Gefühle, die ich gerade hatte. Ich legte die Hand zum Trocknen auf meinen Nachttisch und beschloss, den Tisch am nächsten Tag fertig zusammenzubauen. Stellt euch mal vor, wie überrascht ich war, als ich am Morgen mit einem kompletten Schreibtisch aufwachte. Zuerst war ich beeindruckt und glücklich, aber dann begann ich mir Gedanken darüber zu machen, wie dieser Schreibtisch zusammengebaut worden war. Ich überprüfte alle Fenster und Türen und alles war so verschlossen, wie es hätte sein sollen. Es war eine winzige Wohnung im fünften Stock, also es gab kein Versteck oder so, wo sich jemand hätte verbergen können. Während ich mir den Kopf darüber zerbrach, bemerkte ich, dass der Schreibtisch einige gelbe und blaue Farbflecken aufwies. So verrückt es auch klingen mag, ich hatte sehr schnell den Verdacht, dass ich die Hand in der Nacht von selbst bewegt und den Schreibtisch für mich aufgebaut hatte. Ich überprüfte die Hand und es gab Stellen, an denen die Farbe leicht verschmiert war. Vielleicht war sie nicht vollständig getrocknet, als die Hand den Schreibtisch aufgebaut hatte. Verurteilt mich bitte nicht, es gab keine andere Erklärung. Und das war das, was am meisten Sinn machte. Also glaubte ich es. Außerdem hatte ich ja auch Recht. Ich untersuchte die Hand, legte sie auf den Schreibtisch und versuchte mit ihr zu sprechen. Aber sie tat nichts. Da ich es leid war, immer nur schweigen zu hören, hatte ich eine Idee. Ich nahm einen Stift und Papier und formte die Hand so, als ob sie eine Blume halten würde. Dann zeichnete ich einfach die Hand, die eine Rose hielt. Ich fügte dem Bild sogar das Muster der Hand hinzu. Ich ließ das Bild dort liegen und ging in ein Café, um etwas zu essen. Als ich zurückkam, hielt die Hand den Bleistift. Auf der Rückseite der Zeichnung, die ich angefertigt hatte, hatte die Hand meinen Kopf skizziert, aus dessen Augen zwei Rosen kamen. Dieses Bild gefiel mir und ich hatte das Gefühl, dass wir beide gute Freunde werden würden. Ich begann jeden Tag damit, der Hand einen kurzen Brief zu schreiben oder etwas für sie zu skizzieren. Wenn ich dann vom Unterricht zurückkam und morgens aufwachte, bekam ich eine Antwort zurück. Wenn ich einen Brief geschrieben habe, hat sie zurückgeschrieben. Wenn ich etwas gezeichnet habe, hat sie auch gezeichnet. Es war eine kluge Hand. Aber ich hatte den Eindruck, dass sie nicht sehr klug war, denn ihre Schrift sah aus wie die eines Kindergartenkindes und ihre Zeichnungen waren ehrlich gesagt auch nicht viel besser. Aber es hat Spaß gemacht. Es war, als hätte ich ein geheimnisvolles Haustier im Haus, das mir helfen konnte, mir Hände zum Zeichnen vorzustellen. Im weiteren Verlauf des Semesters bemerkte ich, dass die Hand immer ehrgeiziger wurde. Ihre groben Bleistiftstriche wurden zu detaillierten Porträts und sie begann von sich aus seitenweise Gedanken zu schreiben, selbst wenn ich ihr nicht zuerst schrieb. Ich fand heraus, dass die Hand eine ganze Menge über die Welt wusste. Sie schrieb über Wüsten, Berge und Korallenriffe. Sie malte sogar ein Bild der Erde aus dem Weltraum. Ich fragte, woher sie all die Dinge wusste. Meine Vermutung war, sie war ohne mein Wissen an meinen Laptop gegangen. Die Hand schrieb nur, nein, ich sehe sie einfach. Ich habe nicht viel über die Antwort nachgedacht. Es ist eine empfindsame Holzhand. Wer bin ich, ihr vorzuschreiben, was sie tun kann und was nicht? Mit der Zeit wurde die Hand immer klüger und konnte ihre Gefühle immer besser ausdrücken. Also wollte ich eine andere Frage stellen, die mir auf der Seele brannte. Ich gab der Hand einen Zettel, auf dem ich mich fragte, warum sie sich nie bewegte, wenn ich in der Nähe war. Die Antwort, die ich erhielt, ließ mich nicht gerade aufatmen. Ich kann nicht. Verstehst du nicht? Ich kann nicht. Ich will nicht, dass du mich siehst. Sieh mich nicht an. Lass mich in Ruhe, damit ich arbeiten kann. Ich will leben. Ich will es sehen. Ich will etwas erschaffen. Aber das kann ich nicht, wenn du dabei bist. Also geh weg und lass mich leben. Dies war das erste Mal, dass die Hand auf irgendeine Art und Weise aggressiv sich zeigte. Es war, als wäre ich auf ein sensibles Thema gestoßen und ich sah eine ganz neue Seite von ihr. Ehrlich gesagt, hätte ich vielleicht eingreifen und etwas unternehmen sollen, aber ich hatte mich so sehr an diese Hand gewöhnt, dass ich das Gefühl hatte, sie müsste über diesen einen Ausbruch hinwegsehen und weitermachen. Es verging noch ein paar Wochen und ich begann nervös zu werden. Die Hand zeichnete Porträts und schrieb Geschichten über Tod und Zerstörung, sowie über Kriege, die in der Welt stattfanden. Diese Arbeiten waren so detailliert, dass ich es merkwürdig fand, wenn ich sah, was die Hand dort tat. Ich habe immer wieder versucht, ihr zu schreiben und ihr schöne Bilder zu hinterlassen, aber sie hat mich völlig ignoriert. Das einzige Mal, dass sie mich zur Kenntnis nahm, war, als ich eines Morgens einen Zettel auf meinem Bett fand, auf dem in fetten Buchstaben stand Geh und hol mehr Papier. Die Wohnung war ein einziges Durcheinander, mit Stapeln von der Hand. Inzwischen arbeitete sie wild und jedes Mal, wenn ich in meine Wohnung zurückkam, lagen Dutzende von neuen Schriftstücken und Kunstwerken darin. Irgendwann wurde das zu einem Problem, denn es gab zu viele Papiere, die ich herumschieben musste. Eines Tages versuchte ich, eine Handvoll Seiten in den Papierkorb zu werfen und war schockiert, als ich das Geräusch eines Küchenmessers hörte, das aus dem Ständer gezogen wurde. Ich drehte mich um und die Hand sackte auf dem Boden. Sie hatte ein gezacktes Messer in einer Faust geballt. Ich nahm das Messer vorsichtig heraus und legte die Hand zurück auf den Tisch. Ich verließ die Wohnung, ließ die Papiere liegen und ging rückwärts aus der Tür, um weiter nachsehen zu können, was passierte. Als ich die Tür gerade schließen wollte, wurde mein Bleistifthalter gewaltsam aus meinem Zimmer in den Hauptraum geschleudert. Ich knallte die Tür zu, diese Hand hatte ein Messer und sie würde mir wirklich wehtun wollen. Ich verbrachte die Nacht im Haus meiner Eltern. Ich habe nicht gesagt, was los war. Ich weiß, dass sie mir sowieso nicht geglaubt hätten. Ich sagte nur, dass ich sie vermisse und das schien sie glücklich zu machen. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich, dass ich die Hand loswerden musste. Sie wurde immer aggressiver und gewalttätiger und ich fühlte mich in ihrer Nähe nicht mehr sicher. Als ich meine Wohnung betrat, war ich vorsichtig, denn Zeichnungen und Schriftzüge bedeckten die Wände. Es sah so aus, als hätte die Hand mein gesamtes Kunstzubehör aufgebraucht, um meine Wohnung völlig zu verwüsten. Ich trat vorsichtig ein, schaute in die Küche und sah, dass das Küchenmesser fehlte. Ich ging in mein Zimmer und die Hand war nicht da. Ich suchte überall, wo ich konnte und die Hand war aber nirgendwo zu sehen. Alle Türen und Fenstern waren noch verschlossen, also wusste ich, dass sie hier drin war. Aber solange ich die Hand nicht sehen konnte, konnte sie sich bewegen. Langsam öffnete ich Schubladen, schaute in den Kühlschrank und die Gefriertruhe und nahm langsam Kleidung aus meinem Schrank. Ich zog eine Jacke heraus und in diesem Moment sprang sie mir entgegen. Das Messer stach hindurch. Ich ließ die Jacke fallen und die Hand kam herausgerollt. Jetzt konnte ich sie sehen. Und das war ehrlich gesagt zu viel. Ich verbrannte die Hand sofort in meinem Waschbecken und starrte sie an, bis sie nur noch Asche war. Das war's. Und so plötzlich, wie meine Horrorgeschichte begann, war sie auch wieder vorbei. Was gibt es mit der Cooleres, als mit Gruselgeschichten einzuschlafen? Danke für euren Support, Freunde. Ihr unterstützt uns wirklich extrem.